So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall, heute mit Nikita Udovischenko oder bei Instagram Nikki Bra, ich glaube da bist du auch sehr sehr bekannt, über 100.000 Follower, du hast über 10.000 Menschen trainiert, habe ich auf deiner Webseite gelesen, sportliche wahnsinnige Transformationen generiert, also wenn man diese Bilder sieht, sehr sehr faszinierend. Du hast mit Profiboxern zusammengearbeitet, mit Bodybuildern, MMA-Kämpfer, aber auch ganz viele Privatleute. Auf der Webseite ist auch abgebildet deine Transformation, die du mal im Alter von zwölf Jahren gestartet hast, was ich sehr sehr beeindruckend fand und erstmal danke, dass du heute hier bist Nikita. Maurice, danke für die Einladung. Ja, also mittlerweile sind es schon über 16.000, müsste sich dieses Jahr schon geknackt haben oder jetzt bald, also wie gesagt, das ist so viel, ist schon schwierig nachzuvollziehen, aber spätestens dieses Jahr werde ich auf jeden Fall 16.000 geknackt haben. Ja, was kann ich dazu sagen? Profiboxer, Profisportler, MMA-Kämpfer etc. pp. habe ich auch unter meinen Fittichen. Damals war das mein Fokus, also ich hatte sehr sehr viele prozentual an den Total-Clients gemessen, schon deutlich mehr, jetzt sind es nur noch so 50, also das ist dann so vielleicht 3-4% oder so sind die, die Profisportler sind und der Rest, das sind jetzt normale Menschen, Unternehmer, Studenten und so weiter und so fort. Das heißt, damals habe ich mich wirklich, ich kann nicht sagen fokussiert, der Ansturm war einfach größer, weil ich in den Kreisen bekannter war. Jetzt, ich bin in den Kreisen immer noch bekannt, aber ich bin jetzt natürlich in der Masse mehr oder weniger bekannt geworden, deswegen kommen auch mehr normale Leute. Daran liegt es. Ja, darüber will ich heute auch mal mit dir sprechen, wie dir quasi dieser Sprung auch zum Unternehmer gelungen ist, also wie man es überhaupt schaffen kann, Tausende von Menschen parallel zu trainieren. Da sind sicherlich Systeme, Prozesse von Nöten. Da will ich mal mit dir drüber sprechen. Aber lass uns nochmal ein paar Jahre zurückgehen, vielleicht zu deiner eigenen Person. Ich glaube, da gibt es auch interessante Geschichten zu erzählen. Auf deiner Website habe ich gefunden, dass du im Alter von zwölf angefangen hast, dich eben mit diesen Thematiken auseinanderzusetzen und vor allen Dingen auch dich sehr tief mit Biochemie auseinandergesetzt hast, was du dann auch später studiert hast. Anatomie, vielleicht nicht gerade die Themenbereiche, die man bei einem klassischen Zwölfjährigen vermutet. Wie war das in deiner Kindheit? Ja, also ich mache mein ganzes Leben lang Sport, seitdem ich sechs bin circa. Kampfsport, Handball. Eigentlich meine Passion, Sportart, wo ich Profi werden wollte, war Basketball. Aber weil ich jetzt keine zwei Meter groß bin, ist es nie daraus geworden, dass ich Profibasketballer werde. Zum Glück, weil, wie gesagt, ich habe was anderes gefunden, was viel, viel besser zu mir passt. Aber daraus konnte ich sehr viel mitnehmen. Damals in meiner Stadt, wo ich aufgewachsen bin, gab es kein Basketball für Zwölfjährige oder Zehnjährige oder Achtjährige. Deswegen habe ich Handball gemacht. Das war in meiner Region sehr beliebt. Und da gab es auch sehr, sehr starke Teams. Und deswegen habe ich dann einfach Handball genommen, weil es ist so das nächstähnliche, was ich so finden konnte. Es ist Mannschaftssportart mit dem Ball, mit Mitspielern, dribbeln, passen und so weiter. Deswegen habe ich das gemacht, auch sehr erfolgreich. Ich bin auch westdeutscher Meister geworden dann in meiner Jugend, obwohl es gar nicht meine Sportart so gesehen ist, die ich mag. Sondern ich habe es einfach gemacht, weil das das nächstbeste war. Und ich habe Kampfsport gemacht. Da haben mich mehr oder weniger meine Eltern hingeschickt, weil, wie gesagt, ich war immer sehr, sehr dünn. Kam in die erste Klasse nach Deutschland. Ich konnte noch gar kein Deutsch. Das heißt, meine Eltern haben mich zum Kampfsport geschickt, damit ich mich selber verteidigen kann, mehr oder weniger. Habe es nie wirklich gemocht. Wurde da mehr oder weniger zu gedrängt. Aber im Endeffekt war ich da auch relativ erfolgreich. So ging es los mit meiner sportlichen Karriere. Mit zwölf bin ich dann wirklich zum Basketball komplett gewechselt. Da habe ich nichts anderes mehr gemacht, weil ich dann schon, dann gab es schon Jugendmannschaften, die das angeboten haben in meiner Region. Dann habe ich das gemacht und da hat mich direkt mein guter Trainer zum Gym geschickt, weil er gesagt hat, okay, da gibt es jetzt mehrere Gründe. Wenn du ein besserer Spieler werden willst, musst du ins Gym gehen. Du musst stärker werden, schneller werden, höher springen, bessere Muskulatur. Basketball ist ein sehr, sehr physischer Sport. Da kann man einmal umgenockt werden und dann, wie gesagt, da muss man sehr, sehr stark flink, agil gleichzeitig sein. Schnell laufen, hochspringen und so weiter. Deswegen Gym schon mit zwölf. War Pflicht für mich. Mit der Biochemie mit zwölf war es noch nicht an der Zeit. Also ich komme aus einer sehr wissenschaftlichen Familie. Ich hatte meine ganze Jugend und Kindheit schon sehr, sehr viel mit Wissenschaft zu tun, weil ich bin in so einem Medium aufgewachsen. Opas, Eltern. Ja, ich sage immer wieder, obwohl ich auf jeden Fall akademisch was erreicht habe, was viele nicht erreichen. Ich bin trotzdem vom Rang her in meiner Familie, bin ich dann auch grün hinter den Ohren, weil bei mir gibt es in der Familie auch sehr, sehr berühmte Wissenschaftler. Da kann ich mich jetzt nicht messen, bin aber komplett in diesem Medium aufgewachsen. Und so in die Biochemie ging es so ab, wahrscheinlich 15, 16, so ungefähr. Da ging es dann damit los. Ja, warum? Weil ich auch gesehen habe, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass die Information, die ich rausziehen kann, sehr, sehr wertvoll ist für Sportler, für mich als Mensch. Und ich hatte die Möglichkeit, wie gesagt, durch meine Familie an solche Connections zu kommen, die mich da lehren in diesem Gebiet. Und ich habe schon als Jugendlicher das Ganze realisiert, dass diesen Zugang, den ich hier zur Information habe, den hat kein anderer. Und das habe ich halt meiner Familie zu verdanken, weil die kommt aus einem sehr, sehr wissenschaftlichen Gebiet. Und deswegen habe ich das dann ausgenutzt. Welchen Anteil glaubst du hat das Umfeld generell am Erfolg? Schwierig prozentual zu sagen. Ich kann nur für mich persönlich jetzt in meiner Jugend darüber reden. Das wird bei jedem jetzt unterschiedlich sein. Aber ich denke, dass es wirklich sehr, sehr wichtig ist, Eltern, wie man erzogen wird, in was für Medium man aufwächst, was man für Freunde hat, in welchen Kreisen man sich rumtummelt. Ich gebe immer wieder dasselbe Beispiel hier. Als ich Basketball gespielt habe, in meiner Jugend, also ich habe in der höchsten Liga gespielt, aber in Deutschland, ich bin da nicht abtunettet, ich weiß nicht, ob es diese Regelung noch gibt, aber damals gab es sie, das waren zwei Verbände, also ein Verband, da ging es ab Bezirksliga los bis zur höchsten Liga, das war ein Verband. Und es gab einen Verband, der war zuständig für die Kreisliegen, also für die tiefste Liga. Das heißt, es gab eine Möglichkeit über eine, ich glaube, das hieß Doppellizenz oder sowas, es gab die Möglichkeit, in beiden Verbänden gleichzeitig zu spielen. Also du konntest in der höchsten und in der niedrigsten Liga gleichzeitig spielen beziehungsweise aushelfen. Da gab es jetzt ein Limit an Spielen, wo man aushelfen konnte dann in der Kreisliga, aber de facto konnte man, und so habe ich das auch gemacht, ich habe dann in der höchsten Liga gespielt in einer anderen Stadt und in meiner Stadt, in einer kleinen Stadt, habe ich dann in der Kreisliga ausgeholfen. Das, was ich als Jugendlicher schon direkt gesehen habe, als 15-Jähriger, dass der Hauptunterschied zwischen Kreisliga und der höchsten Liga, also der Jugendbundesliga, sagen wir mal, ist eigentlich, wie die Leute darauf reagieren, aufs Gewinnen und aufs Verlieren. Das ist der Hauptunterschied. Von der Genetik her, in der Jugend spielt es noch keine große Rolle, ob man zwei Meter ist oder nicht, hat man ja bei mir gesehen. Ich bin nur 1,74 und ein paar zerquetschte vielleicht. Da macht es noch keinen großen Unterschied. Obwohl wir in der Jugendmannschaft, also in der höchsten Liga, hatten wir Leute, die waren 16, die waren 16, 17, waren schon 2,17 Meter groß. Sowas gab es in der Kreisliga nicht. Aber da war dieser Faktor Genetik, Faktor Körper, wiegt nicht so stark ein wie bei den Herren natürlich. Wer bei den Herren 40 Kilo wiegt und 1,50 groß ist, da bringt auch das größte Talent nichts beim Basketball. Das ist, wie es ist. Wie gesagt, der große Unterschied war da eher in den Köpfen und wie die Leute aufs Siegen und aufs Verlieren reagiert haben. Hat man in der niedrigsten Liga verloren, haben alle gesagt, oh, wer war es schuld, du warst es schuld, oder ist ja gar nicht so schlimm, wir gehen jetzt auf die Kirmes und so weiter, bla bla bla. In der höchsten Liga, wenn man verloren hat, hat man gesagt, okay, woran hat es gelegen, was kann man optimieren. Man hat Videoanalysen gemacht, man hat Fehler ausgemerzt, systematische Fehler, man hat das Ganze analysiert, ist da sehr, sehr systematisch und mathematisch an die Sache rangegangen. Und genauso beim Gewinnen. Hat man gewonnen, in der niedrigsten Liga hat man gesagt, oh, wir sind die Besten, ich bin der Beste, ich bin der King, ich bin der Hero. Hat man gewonnen, in der höchsten Liga hat man gesagt, ja, schön, wir haben gewonnen, aber wir haben jetzt keine Zeit, großartig zu feiern. Wir haben ein Ziel vor uns, Nummer eins zu sein in der ganzen Liga. Wir analysieren trotzdem das Ganze, wir merzen trotzdem unsere Fehler aus, wir optimieren trotzdem alles. Das war der Hauptunterschied. Und das konnte ich auf viele Sachen in meinem Leben übertragen. Ich habe gesagt, egal, ob man jetzt im Business ist, oder in Beziehungen, oder egal, in welcher Sphäre des Lebens, man gewinnt und man verliert. Und das Wichtigste ist, wie reagiert man auf die ganzen Geschichten, die auf einen dann zukommen. Deswegen, das Umfeld ist extrem wichtig, weil das bildet ab. Wäre man nur Spieler gewesen, in der niedrigsten Liga, dann wäre man in so einer Bubble von Leuten, oh ja, wir haben verloren, schön und gut, wir gehen jetzt auf die Kirmes Bockwurst essen. Oder man ist dann in der Bubble aufgewachsen, wo man gesagt hat, okay, du hast verloren, aber wie kann ich jetzt besser werden? Wie kann ich jetzt meine Fehler ausmerzen? Wie kann ich jetzt XYZ optimieren? Das ist der Knackpunkt, das ist der allerwichtigste Unterschied. Das heißt, das Medium, oder wo man sich rumtreibt, wie man erzogen wird, die Eltern, die Freunde, die Bubble, in der man sich rumtreibt, schon sehr, sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach. Und wie filterst du heute dein Umfeld? Wie suchst du dir heute Leute aus, die dich pushen? Ich brauche jetzt persönlich niemanden, der mich pusht, weil du kannst zwar in so einer Bubble sein, von High Performern, von Leuten, die Gas geben, im Endeffekt muss das aber aus deinem Inneren kommen. Das ist vielleicht wie ein Katalysator dann. Das hast du vielleicht ja noch, wie so bei Super Mario, wenn du auf so ein Feld kommst, dass du noch mal zehnmal so schnell gehst oder rennst oder wie auch immer. Aber das muss trotzdem von dir aus selbst kommen. Ich brauche persönlich niemanden, der mich jetzt irgendwie motiviert oder pusht oder so. Ich bin, der mich selbst halt pusht und motiviert. Und meine Bubble sind halt meine Klienten. Plus, minus. Das heißt, ich bin der, der die eigentlich pushen muss. Und mich muss niemand pushen, weil ich Verantwortung trage dafür, dass ich die Leute pushe. Mich persönlich muss niemanden pushen. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Es gibt viele Leute da draußen, die haben keinen Weg. Eventuell haben die auch keinen Sinn, keinen großartigen. Die wissen nicht, wohin muss ich gehen. Bin ich auf dem richtigen Weg? Die müssen eventuell erst mal auf den richtigen Weg gelenkt werden, gepusht werden. Für mich persönlich ist alles klar. Ja, aber für 99,9% da draußen, die müssen noch gepusht werden. Die müssen noch auf den richtigen Weg gelenkt werden. Wie hast du dein klares Warum gefunden? Solche Fragen habe ich mir jetzt nie so wirklich gestellt. Ich habe einfach immer gemacht und wie auch heute mache ich das auch einfach. Warum? Also mir macht es Spaß, die Ergebnisse zu sehen. Das, ich kann es noch nicht mal so eindeutig beantworten, weil das ist so facettenreich. Ich habe schon realisiert, dass, wo ich damals mit Coaching angefangen habe, habe ich viele Sachen noch parallel gemacht, wie Uni und andere Business und so weiter. Ich hatte auch eine Mathe-Nachhilfe-Schule, habe dann aber gemerkt, okay, das, was mir wirklich einfach gefällt und Erfüllung bringt, ist, wenn ich mein Wissen anwenden kann und dadurch Leben von Menschen verändere und vor allem, wenn das Ergebnis dann da ist, das bringt mir Erfüllung und Freude. Ja, wenn ich vorher-nachher sehe, wie jemand gestartet ist und wie der jetzt steht, das ist für mich erfüllend. Das gibt mir Freude und das pusht mich und motiviert mich, weil ich kann einen Katalog vorzeigen von so und so vielen hunderten Leuten mit solchen Vorher-Nachher-Bildern und da kann ich einfach stolz sagen, dass das wegen mir passiert, weil ich da mein Wissen angewendet habe und das erfüllt mich im Endeffekt. Meine Arbeit ist meine Arbeit, ich arbeite sehr, sehr viel. Es ist nicht so, ich kann nicht sagen, oh, das ist jetzt hier meine Passion, ich arbeite, ich stehe jetzt morgens auf und arbeite 14, 15 Stunden im Durchschnitt am Tag und das gefällt mir alles und ich gehe da sehr, sehr kaltherzig und analytisch an die Sache. Genauso wie beim Beispiel bei der Jugend-Bundesliga-Mannschaft. Man hat gewonnen, aber man geht da kaltherzig an die Sache, analysiert weiter, optimiert weiter. Was mir im Endeffekt Erfüllung bringt, ist dann das Ergebnis, was dann daraus entspringt. Der Podcast, der heißt ja Erfolg, ist kein Zufall. Wie definierst du Erfolg für dich persönlich? Naja, jetzt, das ist so eine, so ein Coin mit zwei Seiten, also einmal gibt es Erfolg, also wie die Leute dich anschauen, mehr oder weniger, also von außen, aber wie auch Erfolg für dich halt im Inneren ist. Vielleicht verstehst du gleich, worauf ich hinaus will. Also viele heutzutage, die wollen nur so auf erfolgreich tun und wollen nur irgendwie eine Schale vorzeigen, sodass Leute denken, dass sie erfolgreich sind. Vielleicht sind die auch erfolgreich, aber für diese Menschen ist es halt wichtig, dass andere Leute von denen denken oder wissen, dass sie erfolgreich sind. Das heißt, die holen sich daher ihre Energie. Das heißt, sie wollen sich unbedingt anderen beweisen. Das hat seinen Place to be. Das kann Leute motivieren, das kann Leute so motivieren, dass sie sehr, sehr gut voranschreiten. Wenn es für jemanden eine Quelle ist an Motivation oder an Energie, warum nicht? Wenn jemand andere beeindrucken will und dadurch dann zu Pötte kommt. Für mich persönlich ist das jetzt aber, vielleicht war es irgendwann mal so, Leuten zu beweisen, dass ich es drauf habe, dass ich was kann oder dass ich, das war in meiner Jugend vielleicht so. Deswegen, ich war immer sehr, sehr zielstrebig und wollte immer die besten Noten und wollte immer der Beste in der Mannschaft sein und so weiter. Vielleicht war da ein Faktor auf jeden Fall, um andere zu überzeugen und meinen Eltern irgendwas zu beweisen und so weiter und so fort. Aber je länger man irgendwie dann wirklich tatsächlich erfolgreich ist, desto weniger wiegt dieser Faktor ein, meiner Meinung nach und heutzutage ist das so, dem Einzigen, dem ich was beweisen muss, ist einfach nur noch mir selbst, dass ich selber weiß, okay, ich setze mir jetzt ein Ziel und ich brauche diese Ziele gar nicht nach außen zu kommunizieren und wenn ich diese Ziele treffe, das ist dann Erfolg für mich. Das heißt, für mich heutzutage ist Erfolg einfach nur, dass ich selber Ziele setze und diese Ziele für mich persönlich erreiche und ich sage, ich will jetzt das und jenes und das nach außen kommuniziere, wenn wir alle davon jetzt unbedingt wissen. Wie gesagt, es gibt Leute, die müssen erstmal Ziele nach außen kommunizieren, sodass sie selber diese Ziele ernst nehmen, weil dann stehen sie vielleicht unter Druck. Ja, jetzt muss ich das ja machen, weil alle Leute wissen ja von meinem Ziel. Ist so ähnlich, wenn jemand sagt, ja, ich will 20 Kilo abnehmen, okay, oder wenn jemand seiner Familie sagt, okay, ich will jetzt 20 Kilo abnehmen und jetzt wird jeder ihn darauf ansprechen, ja, und wie weit bist du, wie weit bist du und so weiter. Heutzutage ist es bei mir so, dass ich selber mir Ziele setze und für mich ist Erfolg, wenn ich diese Ziele persönlich für mich erreiche, ja, also das ist für mich mein Erfolg heutzutage, dass ich, ich muss nichts nach außen kommunizieren, ich muss nur mein eigenes Wort halten und für mich selbst das Ganze machen, damit mich das Ganze im Endeffekt erfüllt. Ja, verstanden und dein Weg zum Coaching, vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, wie fing das an und wie hast du dann diesen Sprung hinbekommen, ich sag mal, zum Unternehmer, der Prozesse, Strukturen hat, die es überhaupt erstmal möglich machen, so viele tausende Menschen zu trainieren, ich meine, die kannst du ja nicht alle selber sprechen oder, ja, also da würde es mich mal interessieren, wie und wann dieser Sprung gekommen ist bei dir. Also ich habe angefangen, angefangen, das praktisch in privaten Kreisen anzubieten, was heißt anzubieten, die Leute sind auf mich meistens gekommen erst, weil ich eben, wie gesagt, in meiner Jugend schon im, ja, Semi-Profisport unterwegs war und die Leute wussten von mir, dass ich habe ein gutes Wissen, ich mache guten Progress, viele haben mich immer nach Rad gefragt und in Foren war ich auch sehr bekannt dafür und da haben viele Leute für meine Meinung geschätzt. Damit ging es los. Das war jetzt aber ein, kein Coaching, was so öffentlich ich angeboten habe, sondern es kam über Recommendations, über, über irgendwie stille Post und so ging es los und irgendwann habe ich gesagt, okay, der Ansturm ist echt gut oder die Leute wollen das haben von mir, das heißt, warum biete ich das nicht einfach jetzt öffentlich an und an dem Tag, wo ich das schon öffentlich angeboten habe, hatte ich schon zweistellige Anzahl an Kunden hundertprozentig, also ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber so 20, 30, 40, direkt schon in der ersten Woche und da habe ich gesagt, okay, die Leute wollen das und das gefällt denen. Das Coaching damals, wie gesagt, das ist schon ewig her, das kann man mit heute natürlich nicht vergleichen, das ist gewachsen, das hat sich verbessert, das sieht schicker aus, mein Support ist tausendmal besser, kann mich jetzt aber nicht als klassischen Unternehmer bezeichnen, weil also wenn man jetzt wirklich sich auf den Begriff fokussiert, dann bin ich eher selbstständig, weil wie gesagt, ich habe keine Mitarbeiter, ich mache alles alleine und Unternehmer ist eher jemand, der viel delegiert und nur noch vielleicht irgendwelche strategischen Sachen macht, bei mir ist das so, wenn jemand bei mir bucht, wenn jemand bei mir Kunde wird, dann kriegt er auch von mir Support und nicht von jemand anders, deswegen kann ich jetzt noch nicht mal so, also es gibt zumindest Leute, die würden sagen, das ist kein echter Unternehmer, weil der hat ja noch nicht mal Mitarbeiter, also der ist selbstständig, aber so war zumindest der Sprung dahin, dass ich gesehen habe, die Leute wollen das haben und deswegen habe ich das dann irgendwann einfach mal als Test angeboten und in der ersten Woche war der Ansturm schon so groß, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich das doch einfach mal. Und heute bist du bei wie viel, sagen wir mal, Umsatz, kannst du das sagen? Also was machen wir, wenn da jetzt tausende Leute sind und die kriegst du alle selber hin, was erreichst du, was ist dein Outcome umsatzmäßig? Das sind circa 350 bis 400 Tausende im Monat und so pendelt das ungefähr. Wie du ohne Mitarbeiter hinbekommst, ja? Genau, richtig. Wow, gut ab und wie schaffst du das? Wie gehst du dabei nicht kaputt in der Arbeit? Ich bin ja dann praktisch der lebende Beweis, dass Performance wirklich, wenn man die an die Decke treibt, dass das Ganze funktioniert. Das kam nicht über Nacht. Man muss die Stressresistenz erhöhen, dass man über die Zeit den Körper daran gewöhnt, den Geist daran gewöhnt. Die Gesundheit muss sitzen, das Immunsystem muss sitzen, man muss gesund sein im Kopf, im Geist, aber auch Körper. Wie gesagt, ich arbeite im Durchschnitt, also wenn ich sage zwölf Stunden, dann ist das ein einfacher Tag. muss halt für alle immer da sein. Ich habe keine Ruhetage, ich habe keine Wochenenden, ich habe keine Feiertage, selbst wenn ich irgendwo in den Bergen bin, ich muss trotzdem alles immer beantworten. Ich gebe den Leuten ein Versprechen, dass die nach Maximum 24 Stunden schon eine Antwort bekommen, das eigentlich nur zu irgendwelchen Ausnahmesituationen, normalerweise kriegen das Maximum in zwölf, normalerweise im Durchschnitt so in drei, vier, fünf Stunden. Wie gesagt, ich bin nonstop am Handy, ich nehme immer meinen PC mit, ich analysiere am Tag bestimmt so 20, 30 verschiedene Blutwerte, das ist schon viel Arbeit, aber dafür muss man auf jeden Fall die Maschine geölt halten und wirklich, da muss die Gesundheit, das Immunsystem, da muss der Kopf, alles muss sitzen, alles muss optimiert sein und ich bin da der lebende Beweis für, weil ich habe sehr, sehr viele Unternehmer bei mir im Coaching, mittlerweile würde ich schon sogar sagen, Mehrzahl Unternehmer, Unternehmer oder werdende Unternehmer, selbstständige Leute, die anfangen Geld zu verdienen oder viel Geld verdienen wollen, die kommen zu mir, das ist mittlerweile schon die Majority, muss man sagen und es macht einen Riesenunterschied, ob du vier Stunden effektiv arbeiten kannst und dann dein Energy einbricht oder ob du zwölf Stunden arbeiten kannst oder sogar 16 Stunden und das ist wirklich lenkbar, viele Leute denken, es ist Gott gegeben, ich kann nicht mehr, ich bin müde, doch, das kann man lenken, das kann man steuern, das kann man verbessern, während damals Profisportler zu mir kamen, um irgendwie ein besseres Ergebnis beim Sport zu erzielen, kommen Unternehmer zu mir, damit sie besser arbeiten können, effektiver arbeiten können, mehr Energie haben, weniger Schlaf brauchen, gesünder sind, weil wenn man krank im Bett liegt, dann kann man sich nicht um seine Arbeit kümmern, das heißt oder wenn die Energie einbricht, nach ein paar Stunden man sich nicht mehr konzentrieren kann, dann leidet das Business drunter und deswegen hat sich das in Unternehmerkreisen praktisch so schnell rumgesprochen, weil für solche Sachen tatsächlich, das geht relativ fix, muss man sagen, wenn jetzt jemand optisch jetzt ein Sixpack erreichen will, dann dauert das halt seine Zeit, das dauert länger als einen Monat, 20 Kilo abzunehmen, vor allem, wenn jetzt jemand 20 Kilo in einem Monat abnehmen würde, wäre das überhaupt nicht gesund, das zum einen, aber wenn man jetzt effizient 20 Kilo abnimmt, dauert das definitiv viel, viel, viel länger, als wenn man einfach nur ein bisschen seine Performance boostet, ja, das geht relativ schnell, ja, weil da muss man nur ein paar Schrauben drehen, muss man Sachen aus der Diät etwas verfeinern, weil viele machen einfach sehr, sehr grobe Fehler, wenn man die behebt, sieht man direkt im ersten Monat sieht man schon Unterschiede, also da muss man nicht so lange in Anführungszeichen warten, bis dann Sixpack da ist, sondern da sieht man direkt die Ergebnisse schon direkt innerhalb von ein paar Wochen. Es sind ja wahrscheinlich immer viele Rädchen, die da auch ineinander zahlen, aber vielleicht kannst du mal so, was so das Thema Energie angeht, was ist da so dein, wenn man meinetwegen Pareto sehen will, also was sind so die 20%, die 80% des Effektes ausmachen? Ernährung ist auf jeden Fall das aller, aller Wichtigste, weil gehen wir davon aus, dass bei irgendjemandem sitzt die Ernährung nicht. Er denkt, sie würde sitzen, aber sie sitzt de facto nicht. Und jetzt geht er noch dazu trainieren, was ihn noch mehr stresst und vielleicht sogar das Training treibt das Ganze noch viel, viel schneller an diesen Teufelskreis, sodass alles nur noch schlechter und schlechter wird. Weil Training, ist Training gut oder schlecht, kann man nicht sagen, es kommt drauf an. Man muss auch sinnvoll trainieren, man muss sich vom Training sinnvoll ausruhen, deswegen ist Ernährung da eigentlich der Schlüssel, weil die Ernährung bietet dir Bausteine dafür, um deinen Körper aufzubauen, um deinen Körper zu erhalten, um deinen Körper zu regenerieren. Er liefert dir Bausteine, er liefert dir Legosteine, um am Ende dein Schloss zu bauen. Deswegen wenn jemand, also die meisten müssen noch nicht mal trainieren gehen, ist natürlich ein richtig geiler Bonus, vor allem wenn man noch richtig trainiert, dann kann man das Ganze noch beschleunigen, dann ist das definitiv ein Katalysator. Aber ohne Ernährung geht nichts, Ernährung ist das Allerwichtigste. Jetzt bei Ernährung kann man leider nicht sagen, oh du musst jetzt XYZ machen, das kann jetzt jeder Mensch auf dem Planeten machen, sondern das muss wirklich individuell eingestellt werden. Bei mir ist das so, dass ich schaue mir, bevor ich irgendjemandem irgendwelche Ziele gebe, weil das ist, wenn so jemand arbeitet, dann ist es eigentlich Scam, bei mir ist das so, ich schaue erstmal bei den Leuten, was machen die denn überhaupt? Ich schaue erstmal, so zum Beispiel, du Maurice, ich würde mir anschauen bei dir, was machst du denn so generell, wie isst du denn? Ich würde dich erstmal ein paar Tage einfach drauf los essen lassen und sagen, ich würde sagen, mach erstmal und ich schaue mir an, was du genau machst. dann gehe ich rein in die Daten, analysiere das Ganze und dann sehe ich erstmal deine groben Fehler, wenn du Fehler hast. Die behebt man dann und geht dann von da aus dann los und schaut, wo kann man dann die Schrauben ziehen, weil jeder ist heutzutage verschieden, aber auch jeder braucht verschiedene Ansätze beziehungsweise verschiedene Ernährungsziele, weil du musst dich anders ernähren als ein 13-jähriges Mädchen, als ein 25-jähriger Bodybuilding-Meister, als ein 28-jähriger deutscher Meister im Ringen oder eine Frau, die mit 43 in ihren Wechseljahren ist. Das ist alles verschieden, aber im Grunde, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was eine Person braucht, muss man erstmal die Situation analysieren, in der die Person ist, die Fehler erkennen und auch erkennen, was ändert man als erstes, sodass man am allerschnellsten Erfolg sieht. Weil man will nicht direkt an 20 Schrauben drehen, weil vielleicht ist eine Schraube dann zu viel gedreht. Das heißt, man muss alles Step-by-Step machen. Damit man dreht eine Schraube, guckt, es wird besser, alles klar, dann die nächste Schraube. Und was ist so ein, bei so Viertausenden Coaches, die du da hattest, da gibt es so einen Fehler, den du einfach immer wieder entdeckst, wenn du diese Analyse machst, ja, du sagst, hier, track mal jetzt ein paar Tage dein Essen und ein Fehler fällt dir gefühlt in fast jedem Fall auf. Gibt es sowas? Oder ist das immer, ist das immer völlig unterschiedlich? Tatsächlich wirklich unterschiedlich, aber zwei Sachen kann ich trotzdem nennen. Erstens, die Leute tracken überhaupt gar nicht. Also die essen sehr intuitiv und die wissen gar nicht, was für Bausteine die dem Körper im Endeffekt geben. Jetzt kann man natürlich so argumentieren und sagen, ja gut, selbst wenn sie die Sachen und Daten jetzt aufnehmen, was sollen die denn mit den Daten machen? Sie wissen ja doch meistens gar nicht, was sie dann machen sollen. Deswegen ist das halt so eine Sache. Was bringt dir das, wenn du Daten misst, wenn du die Daten nicht richtig verwerten kannst? Aber im Endeffekt, meiner Meinung nach, sollte man trotzdem tracken, weil selbst wenn man keine Ahnung hat, dann fängt man sich an darum zu kümmern und sieht, wie viel geht denn de facto, wie viel Benzin kommt in dein Auto rein. Und dann macht man sich schon langsam Gedanken drum, selbst wenn man keine Ahnung hat. Kommen wir zu Punkt 2, der daraus meistens resultiert, ist, dass die Leute heutzutage viel zu wenig Eiweiß essen. Meistens ist das so ein ganz klassischer Fall. Es gibt viele Leute, die haben noch nie irgendwas getrackt und tracken ist jetzt, viele haben Angst davor, weil sie denken, das wäre jetzt kompliziert, ist aber sehr, sehr simpel und einfach, das schafft eigentlich jeder. Die einzige Hürde ist eigentlich nur Faulheit, dass die meisten Leute sind einfach nur zu faul dafür, obwohl es eigentlich nur in geübten Fingern nur so 30 Sekunden am Tag sind. Oder so. Dann, also ganz klassischer Fall, wie gesagt, die Leute fangen an zu tracken, dann erst sehen die, dass die viel zu wenig zum Beispiel essen, dass sie vom Guten zu wenig essen und dass die von Schlechten zu viel essen. Das ist sehr, sehr oft der Fall heutzutage, dass die Leute erst realisieren, wenn sie tracken, dass sie überhaupt was falsch machen, weil Intuition ist halt so eine Sache. Die Lebensmittelindustrie ist sehr, sehr schlau. wir haben Additiver, Filler, Geschmacksstoffe, da isst du und der Körper kriegt Signale, sodass er denkt, dass er richtig gefüttert wird. Teilweise kriegt man Glückshormone, wenn man dann irgendeinen Snickers isst und da gibt es Ingenieure in der Lebensmittelindustrie, die konfigurieren dir sogar eine bestimmte Konsistenz in deinem Produkt, dass da bestimmte Audio-Frequenzen in deine Ohren kommen, die dir dann einen Impuls in deinem Hirn geben, sodass du dich gut fühlst. Da gibt es Ingenieure, die genau konstruieren, wenn du die Verpackung aufmachst, was das für eine Konsistenz hat, was das für ein Geräusch von sich gibt. Das ist in vielen Industrien so, selbst bei Autos ist das so. Da gibt es Ingenieure, die werden ganz genau einen Sound konfigurieren, beim Tür zu machen oder beim Knopf drücken. Genauso gibt es das auch in der Lebensmittelindustrie. Da gibt es so viele Tricks, sodass die Leute im Endeffekt essen, vor allem die, die intuitiv essen oder einfach die Leute, die gar keine Ahnung haben. Und das kann man ihnen ja nicht übel nehmen, weil woher sollen sie denn die Information nehmen heutzutage? In der Schule kriegt man das nicht beigebracht. Ja, da geht es eigentlich schon los. In der Schule kriegt man das nicht beigebracht, aber da kann man ja auch jetzt so argumentieren und sagen, okay, selbst wenn da was beigebracht wird, heutzutage wird ja eh nur Schmarrn beigebracht. Wie gesagt, wir driften jetzt ein bisschen ab, aber im Endeffekt dann, wenn sie anfangen zu tracken, wenn sie dann den ganzen Ramsch essen, den aber tracken, weil Zahlen lügen meistens nicht und dann sieht man auf Papier, wie viel man eigentlich isst, ob man dann nicht doch vom Guten zu wenig isst und vom Schlechten zu viel. Das ist sehr, sehr oft der Fall bei Leuten, die anfangen zu tracken, dann haben die erst mal vor Augen, dass sie sich fehlernähern. Und Punkt Nummer zwei? Das war schon Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer eins war überhaupt das Tracken, das viele Leute nicht tracken. Punkt Nummer zwei, dass die meisten Leute, die essen von, also zum Beispiel Protein, essen die zu wenig und von irgendeinem Schmarrn, also irgendwie Zucker oder irgendwelche schlechten Produkte essen die zu viel, weil die eben intuitiv essen. Verstanden. Und ich hatte auch gelesen, dass du von der Veganernährung nichts hältst und das auch wohl biochemisch ganz gut begründen kannst. Und Vegan ist ja gefühlt so in den Medien recht im Trennen. Kannst du darauf mal eingehen? Ja gut. Ich kann da jetzt mehrstündige Lecture drüber halten, aber einfach mal ganz kurz in drei Punkten, spontane Punkte, die mir einfallen. Ich könnte 30 Punkte nennen. Sagen wir mal Punkt eins, wenn nicht einer der wichtigsten, ist, dass man sehr viele essentielle Bausteine gar nicht über vegane Ernährung bekommt, weil diese Bausteine existieren in der Natur, nur in tierischen Produkten. Jetzt, Argumente von Veganern sind ja, aber man kann das Ganze ja supplementieren und so weiter und so fort. Aber diese Argumente sind alle nicht valide, weil die meisten Supplements, die wirken nicht so wie die natürlichen Substanzen, die man aus normalen Lebensmitteln bekommt, teilweise sogar krebserregen. Das heißt, die versuchen dann irgendwie mit Pulver irgendwas zu kompensieren, was auch ungesund ist und im Grunde ist das ungesund, weil einfach essentielle Bausteine komplett fehlen. Also sie kriegen die nicht rein, diese Legosteine, um die Burg zu bauen. Das muss der Körper heftig kompensieren. Phase 1 bei Veganern ist, da fühlen die sich nicht schlecht oder so, weil der Körper hat normalerweise, wenn der aufwächst, als Kind, Jugendlicher, Erwachsener, durch normale Ernährung, der Körper baut Reserven auf für später. Phase 1, wenn man Veganer ist, bei diesen essentiellen Bausteinen, die man nicht bekommt, die nimmt der Körper aus der Reserve. Wenn die Reserven verbraucht sind, kommt Phase 2, dann degradiert der Körper sehr, sehr rapide und schnell, das Immunsystem geht runter, die Hormone gehen runter, werden downregulated, von und bis, also da fällt ein großer Dominostein und jetzt kommt es nur darauf an, wo das schwächste Glied der Kette ist im Organismus, ob es jetzt die Schilddrüse ist, ob es jetzt die Sexualhormone sind, ob da die Haut schlecht wird oder die Haare ausfallen oder Kombination aus vielen, das kommt jetzt von Person zu Person darauf an, wo eben das schwächste Glied ist. Also Punkt 1, Mangelernährung, dass man viele Nährstoffe gar nicht bekommt. Zweitens, was nehmen wir da? Sag du mir am besten irgendein Argument oder so von Veganern. Fleisch, das heutige Fleisch ist verseucht von der Massentierhaltung. Okay, teilweise valides Argument, also teilweise richtig, aber auch, also kommt drauf an, ist da die Antwort. Es ist nicht die optimalste Zucht, die es gibt, auch meiner Meinung nach, natürlich nicht, aber wie auch alles auf der Welt, alles hat seine Vor- und Nachteile. Was ist der Vorteil generell bei zum Beispiel so einer Industriezucht? sind erstmal, das drückt die Preise nach unten, sodass Fleisch kann man kaufen zu einem Preis, der in Ordnung ist. Zweitens, man hat Kontrolle. Jetzt stell dir vor, du gehst fischen oder angeln und angelst einen Fisch in der Wildnis und wenn ich jetzt jemanden fragen würde auf der Straße oder in der Fitnessindustrie und würde sagen, okay, was würdest du intuitiv sagen, ist gesünder? Ein Fisch, den du selber angelst oder ein Fisch, der von einer Zucht kommt? 99% sagen die Leute, ja natürlich der, den du aus der Wildnis hast, der ist natürlich gesund, besser, weil den Leuten wird das schon so in den Kopf gesetzt, dass Zucht gleich schlecht hat natürlich sehr viele negative Aspekte auch, kann man jetzt nicht unter den Teppich kehren, aber man hat dafür da Kontrolle. Wenn du jetzt einen Fisch aus der Natur angelst, musst du den aufmachen, musst ihn angucken, musst ihn anfassen, musst schauen, ob der Parasiten hat, musst schauen, ob der Krankheiten hat, erst dann darfst du den essen, weil der ist unkontrolliert irgendwo in Gewässern, der kann alles essen, was er möchte, er kann krank werden, du weißt nicht, was seine Lebensgeschichte ist und in einer Zucht, ja, gibt es Kontrolle über die Gesundheit. Das heißt, es ist ein Geben und Nehmen, du findest generell auf der Welt oder in der Natur, findest du kein Lebensmittel, was nur positiv ist, findest du nicht. Jedes Lebensmittel auf der Welt, ob Fleisch oder Brokkoli, hat positive und negative Aspekte. Woraus es darauf ankommt, ist, man wiegt jetzt ab, Plus gegen Minus und was bleibt netto über? Dieses Produkt, schadet es mir mehr oder gibt es mir mehr Benefits? So werte ich zum Beispiel Lebensmittel. Ob die jetzt im Endeffekt in diesem Kreis, ob die Plus oder Minus stehen haben. Jetzt gibt es, wir nehmen jetzt einfach mal bei so, bei so einer Zucht, nehmen wir jetzt Aquakulturen. Da gibt es jetzt irgendwelche Becken in Bangladesch, wo natürlich Hormone und alles mögliche reingeschüttet wird, was natürlich grauenhaft ist, ja, sowas sollte man nicht essen. Es gibt aber auch Lösungen, die sehr, sehr smart sind, wo eben nicht nur die Kontrolle reguliert ist, die Gesundheit der Tiere reguliert ist, dass das alles nachhaltig passiert. Ich habe das alles besucht, ich habe solche Aquakulturen besucht in der Türkei, die sind im offenen Meer, dann solche Netze, die Fische werden kontrolliert und die Qualität vom Produkt ist ganz gut. Wie gesagt, es ist eine Industrie und es ist die heutige Zeit und man findet keine Lösung, die nur positiv ist. Das muss man dazu sagen. Jetzt die andere Seite der Medaille, sagen dann natürlich Veganer, ja, Massentierhaltung, Massentierhaltung, wie gesagt, alles hat Vor- und Nachteile, aber es ist ja nicht so, dass wenn jetzt das Soja gemacht wird, in einer Monokultur irgendwo, dass da komplett alles clean ist. Da wird gespritzt bis zum Gehtnichtmehr, da werden übrigens Tiere ausgerottet bis zum Gehtnichtmehr, ja, weil die Leute denken ja oft, oh, ich esse jetzt hier mein Soja. Für Soja mussten genauso Tiere sterben, das wissen die meisten nicht, weil, ja, da werden Mittel angewendet, die, ja, die eben Tiere systematisch ausrotten, damit die die Crops nicht essen. Ganz klar. Als ich ein Kind war, bis zu meinem fünften Lebensalter, bin ich auf einer Farm aufgewachsen. Also ich habe auf dem Acker mitgeholfen und ich habe gesehen, wie viele Käfer, ja, auf Kartoffelpflanzen sind. Mir wurde von Oma ein Eimer in die Hand gedrückt und dann durfte ich erstmal Käfer sammeln. Auf einem, auf einer, äh, sagen wir mal, Fläche 50 mal, äh, also 50 Länge circa Breite vielleicht 5, also 250 Quadratmeter, ja, bin ich einmal rumgelaufen und von den Kartoffeln habe ich dann die Kartoffelkäfer gesammelt. Der Eimer war drei Viertel voll. Das heißt, Leute denken, die essen eine Kartoffel und sie töten dabei keine Tiere. Ist leider Mutter Natur, es ist so, ja, dass, äh, selbst wenn jemand eine Kartoffel isst, rein theoretisch, irgendwo über ein paar Ecken, wurden Käfer getötet und bei Industrien wird das natürlich systematisch gemacht. Die verlieren Geld, wenn die Kartoffelkäfer, äh, die Kartoffeln, äh, angreifen oder wenn die, äh, Hasen, Ratten, äh, Vögel, wenn die, äh, die Kürbisse essen oder die Karotten, dann verlieren die Geld und, äh, das Problem wird so behoben, dass die Tiere da wirklich systematisch ausgerottet werden. Das vergessen sehr, sehr oft, äh, viele Leute zu sagen. Wollte nochmal darauf eingehen oder nochmal zurück zu, hier jetzt als, als selbstständiger, Schrägstrich Unternehmer, wie auch immer man das, ähm, definieren mag, was den Umsatz und den Gewinn wahrscheinlich angeht, äh, äh, das ist schon eher in der größeren Sphäre, aber wie du eben dargestellt hast, Unternehmer, äh, wird ja oft so definiert, äh, dass der Unternehmer eben delegiert, dass er nicht alles selber tut, ähm, und du bist sehr, sehr self-made, ähm, ähm, was, was hat das für Gründe, dass du sagst? Ich, äh, mach mir da jetzt, äh, nicht diese Gedanken zu gucken, wo kann ich gewisse Aufgaben abgeben, weil du ja wahrscheinlich auch viele, will mal sagen, Minion-Aufgaben machst, ähm, so Aufgaben aller, ähm, äh, wenn jetzt jemand eine Frage hat, dann ist die Frage ja oftmals die gleiche, und jetzt könnte man ja überlegen, wie bringt man da ein System bei, das heißt, wenn die Frage eingereicht wird, ähm, dass sozusagen erstmal eine Vorstufe ist, also dein Mitarbeiter, und der hat einen Antwortenkatalog auf die 80% gängigsten Fragen, ja, und dann, oder dein Team, ja, und dann beantwortet es diese Fragen, und dann wären nur die 20%, wo das Team nicht, ähm, fähig genug ist zu antworten, weil es sehr individuell ist, dass du die beantwortest, dann hättest du ja zum Beispiel schon mal 80% weniger Arbeit, warum, ähm, hast du diese Gedanken zum Beispiel nicht? Äh, ich habe solche Gedanken absolut nicht, weil ich ganz genau weiß, wie das in der deutschen Coaching-Szene hinter verschlossenen Türchen, hinter den Gardinen abgeht, weil ich habe da einen ziemlich guten Überblick drüber, und ich weiß, dass da, äh, im Office, ich habe ja noch nicht mal im Office, äh, dass sie da im Office sitzen, äh, und dann holen die sich da 30, 40 Mitarbeiter, und Mitarbeiter, habe ich jetzt auch letztens, der SFR kostet so, 1500 bis 2000 Euro, und dann sitzen die da, wie im Callcenter, und bearbeiten die ganzen Fragen ab, und schauen auch im Katalog nach, ja, das heißt, da werden die Fragen, Antworten einfach copy-pasted, aus irgendeiner App, Guru-App, irgendwie sowas, das geht hinter verschlossenen Türen ab, das ist Gang und Gebe, und dafür stehe ich nicht mit meinem Namen, erstens, weil meiner Meinung nach ist das erst mal keine Qualität, kein guter Service, weil man zahlt nicht, wie gesagt, ich bin auch günstiger als diese Anbieter sogar, und das, also ich würde, im Grunde, worauf ich hinaus will, ich würde, dieses Produkt, wo jemand im Callcenter, copy-pasted, würde ich doch keine Tausenden von Euro, im Paket kaufen, das ist also für mich eher so ein Good-Feel-Coaching, dass man einfach nur ein gutes Feeling, da verbreiten will, oder guten Service imitieren will, wenn ich buchen würde, dann würde ich auch wirklich, gerne mit einem Experten zusammenarbeiten, und von ihm seine Meinung hören, und nicht 80% von irgendeiner Susanne, die übers Wochenende ihre Ernährungsberater-Lizenz gekauft hat, wo die ankreuzen musste, ist eine Banane Carbsfett oder Protein, Banane ist Carbs, super gemacht, Susanne, es ist alles, klingt lustig, es ist aber leider die absolute Realität, das kaufen die Leute, deswegen müssen die Sales-Calls machen, und Verkaufsgespräche, was ich auch nicht mache, um die Leute zu überzeugen, solche Pakete im Vorhinein zu kaufen, bei mir muss man auch im Vorhinein nichts kaufen, wie gesagt, ich habe dann komplett andere Einstellungen, und andere Herangehensweise, das, was die meisten da draußen machen, mache ich alles nicht, weil ich da absolut gegen bin, man könnte sagen, ich opfere mich für die Leute auf, ich opfere meine Zeit dafür auf, meine Energie, was aber absolut in Ordnung ist, weil im Endeffekt die Ergebnisse, die kommen, sind sehr, sehr erfüllend für mich, und ich würde nicht so ein Produkt kaufen, wo 80% Copy-Pasted wird, von irgendeinem Call-Center-Team, ja, die haben dann irgendwelche freien Tage, Samstag, Sonntag, oder Ostermontag, und was weiß ich, und Weihnachten, bei mir gibt es sowas nicht, bei mir, ich bin immer da für alle, und so ein Produkt würde ich kaufen, deswegen will ich nur mit meinem Namen, für einen echt geilen Service, auch von mir persönlich, da stehen, und mache es eben nicht so wie die anderen, und möchte ich einfach nicht, möchte sowas einfach nicht machen, mein Name soll nicht, mit sowas in Verbindung gebracht werden, weil es ist echt schade, ja, man könnte jetzt auch argumentieren, sagen, ja, aber das hilft ja auch irgendwie den Leuten, ja, die kriegen ja im Endeffekt trotzdem eine Antwort, für mich ist das irgendwie ohne Seele, und ohne Herz sowas, kann jeder machen im Endeffekt, wie er will, ja, aber ich will sowas halt nicht machen. Hattest du die, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, die Parodie, glaube ich, von Jan Böhmermann, über die deutsche Coaching-Szene gesehen? Ja, habe ich vor ein paar Tagen, weil ich war jetzt nicht aktiv mit drin, aber da war eigentlich so ein Snippet auf so einer Party, wo man mich kurz gesehen hat, deswegen hat mir das jemand zugeschickt, habe ich auf jeden Fall geguckt, ja, vor ein paar Tagen kam das raus. Ja, ja, und was ist, was ist so deine Meinung, über diesen, über diese, über diese Parodie? Also im Grunde fand ich das eher lächerlich, weil, okay, was heißt lächerlich? Im Endeffekt ist das ja nur Entertainment. Das ist ja genau das, was die Leute sehen wollten. Allerdings finde ich schlecht, dass da geredet wird, sehr, sehr schlecht über Leute, die es eigentlich drauf haben und die werden wirklich in ein sehr, sehr schlechtes Licht gestellt, wie zum Beispiel Raoul Blickert, sehr, sehr smarter Typ, geht an sein Limit, auch für Leute sehr, sehr verantwortungsvoll, wird da sehr, sehr in ein schlechtes Licht gestellt, das fand ich gar nicht gut, nur weil über seine Plattform eventuell irgendwelche Coaching-Scammer-Produkte verkaufen. Jetzt könnte man argumentieren und sagen, okay, aber Paypal und Stripe und Co. passiert genau das Ganze, genau das Gleiche und deswegen fand ich das nicht fair, aber es ist verständlich, es ist genau das, was die Leute haben wollen und es ist ja auch eigentlich irgendwo, irgendwo ist ja auch etwas Wahrheit hinter, weil in der Coaching-Szene, die hat halt nicht die beste Reputation, weil es da sehr, sehr viele Leute gibt, die Leute verarschen, wie ich gerade auch gesagt habe, genau das beste Beispiel Fitness-Coaches, die da non-stop mit einem Call-Center irgendwas Copy-Pasten und so tun, als wären das die größten Experten und kaufen sich dann in 10.000 Zeitungen ein und schalten für 100.000 Euro Werbung und haben dann noch ein Sales-Team und so weiter. Deswegen, so ein Beitrag wäre berechtigt gewesen, allerdings wurde da nicht genug recherchiert, meiner Meinung nach und teilweise hat das Leute getroffen, die eigentlich absolut good intentions haben, ein geiles Produkt liefern, gute Arbeit liefern, sehr, sehr, sehr verantwortungsvoll sind und deswegen fand ich diesen Beitrag jetzt nicht unbedingt fair, den hätte man ein bisschen anders machen müssen, aber ist auch irgendwie verständlich für die breite Masse mal wieder, war es ja, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, um Likes zu bekommen, um Resonanz zu gewinnen, war es halt genau das, was die gebraucht haben, um Einschaltquoten und so weiter zu erhöhen, um ein bisschen Wirbel, ja, um ein bisschen Wirbel zu erzeugen, mehr, also das ist nichts anderes als das und da ist halt collateral damage, dass da einige Leute wie Raoul halt eventuellen Reputationsschaden dazu kriegen, obwohl das eigentlich aus der Coaching-Szene Leute sind, die die Szene im Positiven sehr vorantreiben. Deswegen fand ich das jetzt da bezüglich Raoul sehr, sehr unfair, aber im Großen und Ganzen Coaching-Szene gibt es halt, ist halt brechtig, es gibt sehr, sehr viele, wie ich auch vorhin erzählt habe, wie es da hinter verschlossenen Türen abgeht, gehen halt viele, viele dreckige Sachen ab. Ja, ich sehe das ähnlich, also ich glaube, wie du sagst, in der Coaching-Szene gibt es vier schwarze Schafe, es gibt sicherlich auch viel Schlechtes, denke aber in vielen Bereichen, sind die meisten schlecht, in vielen Berufsgruppen gibt es ganz wenige, die wirklich top sind und sehr viel Durchschnitt und auch viele schlechte, ja. Und es wurde zum Aufhänger genutzt und um eine breite Masse zu befriedigen in gewissen Gedanken und ich fand, die Gedanken, die da übermittelt wurden, also Dinge wie Mindset ist Quatsch, also an Mindset zu arbeiten, bringt überhaupt nichts, also so ein Gedanke, das ist für mich wie so eine Entschuldigung, die gerne jeder hören will, ja, dass die Arbeit an der eigenen Person nichts bringt, dann muss ich es ja auch nicht tun, ja, denn ich bin ja Opfer, also dieser gesellschaftliche Gedanke wurde wieder sehr reingebracht, der ganze Persönlichkeitsentwicklungsbereich ist auch Quatsch, ja, sowas kam bei mir an, Umsatz ist böse, ich glaube 100 Millionen Umsatz von Raoul Blickert sind böse, ja, so ein Gedanke siehst du auch letztens gesehen im Tatort, das habe ich mal gepostet, wer sind im Tatort die Mörder statistisch gesehen, auf Platz 1 ist der Unternehmer, Platz 2 sind führende Manager, ja, also so ist der Frame, der Frame in unserer Gesellschaft durch die Medien für Erfolg, der ist immer sehr negativ, ja, und eben dort auch, und da wurde aus meiner Sicht diese Wahrheit genutzt, dass es eben sehr viel Scam und Scheiße auch in der Coaching-Szene gibt, um eben gewisse Messages wieder zu verbreiten und mit Raoul hatte ich auch gerade eine Podcast-Folge gemacht, die kann sich jeder auch mal reinziehen und sich einen persönlichen Eindruck von ihm machen und wir haben auch über viele persönliche Dinge gesprochen und da bin ich sowieso so, dass ich auch sowas niemals hören würde, sondern mir immer, ja, einen eigenen Eindruck mache, aber war spannend, auch da deine Meinung noch mal zu hören. Vielleicht zwei Sachen noch dazu, also erstmal Maurice, dein Empfinden teile ich absolut, Deutschland ist halt irgendwie so eine geldallergische Gesellschaft, dass wenn jemand viel Geld verdient, ist automatisch schlecht oder dass die Leute schnell neidisch werden oder dass sie dir das nicht gönnen, was absoluter Schwachsinn ist, weil wenn jemand viel Geld verdient, dann wird er auch meistens, nicht immer, aber meistens wird er irgendwo einen Benefit den Leuten geben, ja, wie gesagt, ich verdiene viel Geld, ich verdiene so viel, ich könnte jetzt in Rente gehen, Punkt, ich brauche nie wieder arbeiten, aber ich arbeite trotzdem 16 Stunden am Tag, warum, weil ich von Leuten das Leben verändere, ich habe Leuten bei Krebs geholfen, ich habe Leuten geholfen, die haben gar keinen Ausweg mehr gesehen und irgendwo, sein Einkommen ist proportional zu den Problemen, die man für Menschen löst, so, Punkt, das heißt, die Leute in Deutschland, in der deutschen Gesellschaft sind sehr allergisch gegen Geld, gegen Umsätze, die denken automatisch, das ist was Schlechtes oder was ist das denn für ein Proll, bla bla bla, das ist alles nur heiße Luft, ja, weil in anderen Gesellschaften ist das so, wenn du viel Geld hast, heißt es eben gleich, du hast irgendwas Geiles gemacht, erzähl mir was, was ich nicht weiß, in Deutschland ist das so, weg mit dir, du bist irgendein Krimineller oder so, aber man muss dazu sagen, man muss dazu sagen, langsam ändert sich das aber in Deutschland, weil Leute werden da auf jeden Fall toleranter und wollen das halt auch und vor allem, sie merken, dass es möglich ist, es ist möglich und warum soll ich so ein Böhmermann-Schäfchen sein, in dem ich sage, ja, fuck auf Geld, aber lebe dann in irgendeiner Kakerlaken-Wohnung, wenn im Prinzip ich, wenn ich meinen Geist und meinen Kopf anstrenge, dass ich vielleicht doch meine Talente entfalten kann, weil vor allem sage ich auch immer wieder meinen Klienten, es war noch nie so einfach, wie heute erfolgreich zu werden, weil du kannst dir Expertise einkaufen, per Knopfdruck, egal in welchem Bereich und die Konkurrenz ist einfach whack. Die Leute heutzutage sind ungesund, langsam, kriegen nix gebacken, es war noch nie so einfach gegen die Konkurrenz gegenzustehen. Punkt. Das heißt, wie gesagt, ich auch wieder, alles hat Plus und Minus. Vielleicht zweiter Punkt dazu, zu Raul jetzt explizit, Raul und ich, wir kennen uns länger als jeder andere, also ich kenne niemanden länger als Raul aus der ganzen Szene und Raul kennt niemanden anders als mich aus der ganzen Szene. Wir sind schon extrem lange befreundet, seit unserer Jugend, weil, wie auch schon am Anfang gesagt, ich war in den Fitnesskreisen sehr bekannt, ja, deswegen kamen da schon die ersten Klienten, daher kenne ich auch Raul, ja, das heißt, wir kennen uns sehr, 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 sehr lange und ich war mit Raul auch in den Bergen, Raul ist ein sehr, 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 sehr guter Freund von mir und er ist definitiv jemand, was ich, wenn ich über Raul eine Qualität sagen kann, dann ist, dass der extrem viel Verantwortung trägt, extrem viel Verantwortung tragen kann und will, ja, und von solchen Menschen gibt es nicht viele, deswegen fand ich das sehr, sehr ärgerlich, dass mein sehr, sehr guter Freund da im Fernsehen so in ein schlechtes Licht gestellt worden ist, das fand ich sehr, sehr unfair, weil das hat er definitiv nicht verdient, weil, wie gesagt, er ist ein sehr aufrichtiger und verantwortungsvoller Mensch, abgesehen davon, dass der in seinem Metier sehr, sehr gut ist, das sage ich nicht einfach so, weil der ein sehr guter Freund ist von mir, da sage ich wirklich ehrlich, dass ich selten in unserer Szene jemanden gesehen habe, der so bereit ist zu arbeiten, Arbeitsbereitschaft und mit Verantwortung damit umgeht, weil Raul ist ja eher so einer, vor allem heute jetzt vielleicht nicht immer so, aber damals einer, der war eher so im Hintergrund, hat nicht viel Info von sich preisgegeben und deswegen, Raul kennt nicht viele Leute persönlich und ich kenne, wie gesagt, Raul kennt mich am längsten, ich kenne Raul am längsten aus unserer Szene und wenn ich was über Raul sagen kann, ist Arbeitsbereitschaft eins und zweiten Zerträgen, er ist bereit, sehr, sehr viel Verantwortung zu tragen, von solchen Leuten gibt es nicht viele in unserer Szene. Ja und der Punkt, den du noch meintest, ich hatte auch den Eindruck, dass sie gar nicht genau verstanden haben in dieser Parodie, ich weiß immer gar nicht, wie ich das betiteln soll, was überhaupt einen Zahlungsdienstleister wie das Geschäftsmodell funktioniert, ja, also ich weiß nicht, so ein bisschen wie mit Paypal, ja, wenn jetzt jemand über Paypal Zahlungsdienstleister das nutzt und dort irgendeinen Scam macht, ist ja Paypal jetzt nicht der Betrüger. Ganz genau, Maurice, aber dazu muss man ja sagen, das ist ja gar nicht das Ziel, da irgendwie die Wahrheit zu bekommen, das ist gar nicht das Ziel, das Ziel ist einfach nur Einschaltquoten, Likes, Resonanz und das ist bei vielen Sachen so. Wie viele Beispiele kann ich denn bei Lebensmitteln geben, wie das Stichwort vegan, wo genau dasselbe ist, es wird das geteilt, was viele Likes gibt, was Einschaltquoten gibt, was vielleicht Wirbel erzeugt, was die Audienz, erweitert, was Resonanz erzeugt, was Good Feelings gibt, das ist das Wichtige heutzutage, volle Mass Media, das ist das Wichtige, den Leuten ein bestimmtes Gefühl zu geben, den Leuten das zu geben, was die Leute haben wollen, nicht die Wahrheit, dass die ans Licht kommen, nicht irgendwie recherchieren, investigativ, wirklich mit Einsatz mal reingehen und wirklich mal nachhaken, was ist da los, sowohl bei dem Beitrag als auch bei vielen Sachen ist das gar nicht, es ist das Ziel, da wird lieber ein Bentley geholt und Brille und wird sich lächerlich gemacht über manche Typen, das ist das Ziel, das ist das Ziel, Aufmerksamkeit zu erzeugen, nicht um an die Wahrheit zu kommen, das ist Nebensache, da reicht es von der Wahrheit vielleicht ein kleines Stückchen zu nehmen und alles andere außen vor zu lassen und alles andere, was außen vor ist, dann sich so zusammen zu kleistern, sodass es dann wieder Resonanz, Likes, Aufmerksamkeit und so weiter, Wirbel erzeugt. Das ist meine Meinung und ich denke, ich liege da absolut richtig. Nikita, cool, danke dir für deine offenen Worte hier auch, dass du so vieles geteilt hast, auch ganz offen mal über Umsätze gesprochen hast, ganz offen über dich als Selbstständigen gesprochen hast, auch dich in deiner Darstellung fand ich alles sehr real und ehrlich, dafür vielen Dank, Stunde ist schon rum und bedanke mich für deine Zeit. Wo findet man mehr über dich? Instagram Hauptkanal oder? Auf Instagram Nikibra, auf YouTube Nikibra, Google Nikibra, Webpage nikibra.com nikibra.de Also einfach Nikibra eingeben, dann findet man schon alles, was man sucht. Cool, dann danke mein Lieber und an euch wie immer die Bitte auch eine Bewertung abzugeben hier im Podcast und ansonsten bis demnächst, hau rein Nikibra. Ciao, ciao, danke für die Einladung Maurice und allen nur alles das Beste. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.